Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer weiteren Folge zu meiner Shotcut Tutorial Serie. Es ist im September 2019 ein neues Update erschienen und zwar in der Version 19.09.14 Und ich möchte euch zeigen, welche neuen Funktionen bzw. Features das neue Update mit sich bringt. Und wie ihr bereits richtig vermutet, es gibt eine neue Bearbeitungsfunktion. Hier ist bereits alles rot markiert. Das ist neu. Wir können das mit STRG-D deselektieren und mit STRG-A können wir alles selektieren. Das erstreckt sich dann über alle Clips in allen Spuren. Ich kann auch eine bestimmte Anzahl von Clips markieren. Ich möchte zum Beispiel diesen Clip markiert haben, einschließlich der dazwischenliegenden. Dann drücke ich Shift. Und somit habe ich dann diese ganze Gruppe von Clips markiert. Jedoch lassen sie sich vorerst nur mit dem Tastendruck Entfernen wegnehmen. Das mache ich mal hier. Und es entsteht ja diese Lücke. Entweder ihr aktiviert die Ripple-Nachbearbeitung. Und somit könnt ihr durch Rechtsklick Entfernen die Lücke schließen. Und dann werden natürlich auch alle anderen gekürzt. Oder nochmal das Ganze zur Verdeutlichung. Ich selektiere einen ganzen Strang an Clips. Und würde ich Rechtsklick machen, leider wird dann nur der letzte Clip markiert. Und man könnte ihn dann entweder entfernen oder wegnehmen. Also somit funktioniert die Funktion noch nicht über Rechtsklick. Die ganzen Funktionen findet man hier auch in diesem Menü, in diesem Fallmenü. Entweder unter Alles auswählen oder Nichts auswählen. Ein kleiner Tipp von mir. Möchtet ihr einen gewissen Bereich löschen, so haltet die Shift-Taste gedrückt. Das mache ich mal. Dann kriegt ihr hier ein Scrubbing. Also beziehungsweise dann folgt der Cursor hier. Und habt ihr das Ganze etwas vergrößert. Das mache ich jetzt nämlich auch mal. Und es geht hier über den Rand hinaus. Und ihr habt hier kleinere Clips angenommen. Wir markieren erstmal diesen Clip. Und ich möchte den da hinten auch noch markieren. Und ich halte Shift gedrückt. Dann könnt ihr sozusagen weiter scrollen. Und am Ende markieren. Und dazwischen sind auch alle markiert. Eine Funktion, auf die so viele gewartet haben. Und ich natürlich auch. Das Ganze macht es natürlich sehr handy und sehr komfortabel. Das Ganze geht natürlich auch hier in der Wiedergabeliste. Wenn ich auch bestimmte Clips markieren möchte, halte ich auch wieder die Shift-Taste gedrückt. Und kann somit auch mehrere Clips auswählen. Das Ganze kann ich auch hier in diesem Fallmenü machen. Alles auswählen. Nichts auswählen. Alles auswählen. Nichts auswählen. Ich glaube die Funktion ist jetzt damit klar. Möchtet ihr aber hier alles auswählen. Und aus diesem ganzen Projekt nur kleine und wenige Clips erhalten. Dann drückt ihr die STRG-Taste wie gewohnt und selektiert die Clips, die ihr behalten möchtet. Und damit könnt ihr dann mit dem Tastendruck entfernen auch diese Clips herauslösen. Und dann bleiben natürlich nur die Clips da, die ihr nicht ausgewählt habt. Gut. Kommen wir nun zu einer kleinen praktischen Tat. Und zwar möchte ich ganz gerne alle Clips auswählen. Jetzt habe ich diese obere Spur, also diese Clips hier gesperrt. Also die Spur ist gesperrt. Die Clips sind aber dennoch markiert. Ich möchte jedoch davon alles löschen. So bleiben auch diese erhalten. Da wir aus dieser Wiedergabeliste auch mehrere Clips markieren können. Und wissen möchten, was haben wir denn als letztes eingefügt. Kann ich auch nach Datum sortieren. Und mir chronologisch die Clips auswählen, die ich haben möchte. Shift gedrückt halten. Und Achtung, ich möchte sie jetzt in diese Spur alle überschreiben. Das ist auch neu. Ich kann nämlich direkt aus der Wiedergabeliste in die Spur hineinschreiben lassen. Das dauert ein paar Sekündchen. Und schwupps sind sie dort. Somit braucht man auch nicht mehr Doppelklicken und diesen Clip hier hineinzuschieben. Übrigens, nach einem Doppelklick, auch eine neue Funktion, startet dieses Video automatisch. Das kann ich abschalten. Und hier auf diesem Button in dem Kästchen nach dem Öffnen wiedergeben, den Haken entfernen. Dann mache ich noch einen Doppelklick. Und nichts spielt ab. Also braucht man diesen Umstand nicht mehr zu machen. Ich kann sofort aus der Wiedergabeliste direkt hier in die Spur hineinfügen. Und es wird mir sofort die zeitliche Länge angezeigt durch dieses hellere Kästchen, welches hier mitwandert. Somit habe ich also wunderbar eine Anzeige, wie ich was wo hineinfüge. Kommen wir nun zu den neu hinzugefügten Videofiltern. Ich habe hier ein neues Projekt aufgemacht. In der Wiedergabeliste habe ich sozusagen einen Farbverlauf. Der sieht so aus. Und darüber gelegt habe ich dieses Clicksbait, also dieses Thumbnail. Kurzum auf Deutsch das Titelbild für diese Folge. Was vorher Shotcut schon mitbrachte, wenn ich die Spuren hier anklicke, klicke mal hier diese Spur, gehe auf Eigenschaften, so haben wir hier schon Mischmodi, die sozusagen unsere Mischungen anzeigen können. Ich werde hier mal ein paar ausprobieren. Das mache ich auch nur ganz kurz. Denn es gibt natürlich auch die Möglichkeit, diese Mischmodi individuell für einzelne Clips anzuwenden. Und zwar unter Filter. In dem neuen Videofilter unter dem Blend Mode. Da ist er. Und hier geht es auch individuell genau mit den gleichen. Na, was ist das? Wieso funktioniert das nicht? Ach ja, ich habe ja hier unter Eigenschaften im Mischmodus keine angeklickt. Das muss natürlich überheißen. Dann funktioniert auch die individuelle Einstellung mit dem Blend Mode. Also, ineinander kopieren. Ausschluss. So, alle möglichen in Blend Mode sind hier vertreten. In meiner Folge Text mit Farbanimation zeige ich einige Effekte, die man mit diesem Blend Mode erzielen kann. Den Link dazu findest du in dieser Videobeschreibung. Für die nächsten Filter brauche ich ein neues Projekt, also eine neue Quelle. Und da habe ich mir schon mal was herausgesucht. Dann lasse ich auch nur ein paar Sekunden laufen. U23. Gehen wir mal auf 10 Frames. Das sind keine Sekunden, das sind Frames hier. Und die kann ich mit der Maus, wenn ich vor- und zurückdrehe, wie beim Jog-Dial kann ich sozusagen hier noch Fein-Tuning machen. So, nehmen wir mal wieder 10 Frames. Wir erinnern uns, wir drücken O. Am besten, wenn es nicht funktioniert, am besten hier nochmal draufklicken auf das Bild. Und dann drücken wir O. Dann haben wir diesen Bereich eingegrenzt. Gehen auf die Wiedererlaubeliste, schieben es hier rüber. Die brauchen wir nicht mehr. Na, komm her. Hat er schon gemacht, da war ich zu schnell. Doch zu kurz geworden. Ich habe ja Sekunden gesagt. Und ich habe nur 10 Frames genommen. Ja, das kann passieren. Ja, gucken wir nochmal an. Haben wir hier irgendwelche Eigenschaften? Ne, Mischmodus ist über. Filter. Für diesen Clip haben wir keinen gesetzt. Jetzt kommt der Nächste, der nennt sich Corners hier übrigens. Nicht fragen, den habe ich selber eingefügt. Den gibt es in den Update nicht. Dafür gibt es Dether. Und wie ihr seht, gibt es ja schon eine Art, sieht das so gerastert aus. Ich gehe mal hier auf die Vergrößerungsfunktion. Und wenn ich nochmal drauf klicke, auf diesen Button, dann kommt die zuletzt eingestellte Funktion. Also wenn ich wieder hier auf die Normalversion, also Zoom passend, und ich gehe auf 200. Und ich gucke mir das Ganze hier in groß an und klicke hier nochmal drauf. Dann geht es wieder zurück. Gehe ich zum Beispiel nur auf 25. Und ich klicke hier wieder drauf. Dann wird immer der zuletzt eingestellte Zoom-Faktor genommen. Schauen wir mal, was hier unter Tonwertkorrektur zu verstehen ist. Also Tonwertkorrektur ist für mein Verständnis nicht das hier, sondern das ist mehr so eine Art Tonwertumfang. Also wie so eine Art Posterize-Effekt. Wir sehen, es verringern sich die Farben. Also wie so eine Art Poster-Effekt. Und dann haben wir hier noch die Matrix. Das sind so eine Art Bildpunkte, die vergrößert werden. Kann man das erkennen? Moment. Dann gehe ich mal wieder hier auf unseren Vergrößern-Button. Nein, ich hatte noch. Dann gehen wir mal hier drauf und gucken mal, was dann passiert, wenn ich hier die Matrix... Ja, im Hintergrund wird das eingeblendet oder auch nicht. Und wenn wir das noch weiter hier verbinden, dann kommt der Effekt deutlicher zum Vorschein. Das zum Thema Dither. Kommen wir zum nächsten Effekt. Kann man aber wegmachen. Was haben wir denn danach noch? Neues Elastic Scale. Da komme ich später drauf. Wir gehen mal auf Halbton. Das ist dieser hier. Ui, der sieht ja auch aus wie so eine Art Zeitungsdruck-Effekt. Und zwar, so wie das aussieht, kann ich hier, ja, die Pixel, also beziehungsweise diese Punktmatrix vergrößern. Und die Farben ändern. Also wie so eine Art Druckraster. Gehe ich noch ein bisschen runter. Vergrößere das Ganze mal und gucken uns das Ganze mal hier im Grenzbereich an. Mal gucken, wie groß das werden kann, Maximum. Oh, schon ziemlich groß. Auch ein schöner Effekt. Ich sprach ja vorhin von Posterize. Ja, auch diesen Effekt gibt es. Posterisieren wird das wahrscheinlich hier heißen. Hm, Posterisieren, da ist er doch schon. Und da haben wir einfach, hier steht auch wieder Tonwertkorrektur. Obwohl, ich finde, es ist mehr eine Farbspreizung oder eine Farbeingrenzung. Hier haben wir zum Beispiel ganz wenig Farben, die genommen werden. Je höher der Wert ist, umso mehr Farben werden in dem Bereich dargestellt. Ohne habe ich ja den Elastic Scale angesprochen. Gucken wir doch mal einfach mal hier rein. Elastic Scale, ABCDE, EF, E da oben irgendwo. Da ist es ja, richtig. Was macht der eigentlich, wenn ich jetzt ein Bild habe? Lineare Breite. Aha, das zentriert sich in die Mitte. Und lineare Skalierungsfilter. Das ist aus der Mitte heraus gedehnt. Nicht-linearer Filter. Also man kann so sehen, was hier passiert. Ach, und hier kann man wahrscheinlich die Mitte verschieben. Ja, hier wandert sie nach rechts. Und hier wandert sie nach links. Ich werde mal die Werte ein bisschen krasser machen. So. Dann kann man wahrscheinlich, ja genau, richtig. Hier kann man zum Beispiel besser sehen, wie sich die Mitte verschiebt. Und sich die Seiten strecken oder stauchen. Das ist natürlich schön für Texteffekte. Und übrigens auch, es sind sämtliche neue Filter auch schlüsselbildsteuerbar. Das heißt also, die Parameter für Schlüsselbilder können hier auch gesetzt werden. Zum Beispiel hier gehe ich mal hier hin und hier unten öffnet sich ja der Schlüsselbilderreiter. Und somit kann ich das Ganze auch animieren und nicht nur statisch darstellen. Ja, das war es wieder von meiner Seite, liebe Leute. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Gebt mir einen Daumen. Hinterlasst einen Kommentar. Ich sage Tschüss. Euer David van Skouten. Macht's gut. Ich sage Tschüss.